cool danke dafür schnell wirf's zurück willkommen zu nerunde badwars 4x2 auf kyudo mit dem sim oder 155 wie ihr noch kennt wir spielen auf kyudo und zwar habe ich ja bald den premium plus haben und zwar wenn ihr das video ihr seht habe ich den premium plus tragen auf kyudo davon aber danke an das kyudo team und an rupsen für die zusage denn ich habe eigentlich noch nicht 5k abos ihr seht hier gerade das pack was ist das für ein pack das ist das feuerstein 4k pack ich koch mich mit der treppe wow genau und das hat er z halb gemacht auf jeden fall bei ihm vorbeischauen ihr kennt dasselbe prinzip ich verlinke ihn und das pack mit zwei download links einmal mediafire link und einmal rp24 damit ihr die volle ladung habt so der subscriber counter geht jetzt übrigens auch wieder ich weiß nicht hast du hast du eigentlich selbst kann der kante auch an oder ich spiel ja nicht mehr bleibe machen ach du hast ja fort oder nein optifine ach du hast ja jetzt check ich's ja der alte der alte traditionelle hase jawohl wie hoch wie hoch hoch stecken die europäische bilder bis wir halt an häuschen die ones decken so 1000 jahre nach oben deswegen so kann ja mal gerne schreiben ob ihr von dem video von kicking konta kamt kamt kommt gekommen seid auf meinen kanal keine ahnung schreibt einfach mal hashtag kicking stein oder so keine ahnung juckt würde ich einfach mal würde mich echt mal interessieren wie viele leute das jetzt gesehen haben und zwar ist das 4k pack von mir jetzt ein bisschen verspätet gekommen lag einfach daran dass das so schnell ging und wir konnten es nicht bedenken die goi erinnert vielleicht ein bisschen als peuchy pack aber wie zeit habe ich es auch sagt er macht fast alles selbst und so zb das inventar oder so also das inventar ist natürlich nicht selbst gemacht also es hat fast jedes pack gefühlt drin und wir fanden es halt nice oder beziehungsweise er fand es nice und ich finde es auch gut weshalb wir es drin haben und alles ist so ein bisschen in lila wolken style sag ich mal gehalten und wo bist du ich bin mein team ich hab grad einfach drei kills gemacht lull natürlich braucht man so viel essen ja ich regeneriere nicht mehr aber ist mir egal ich versuche jetzt noch auf jeden fall ein bisschen was zu machen und zwar ist es auch schon das video also wenn das jetzt nur so fünf minuten geht dann sorry an euch ähm stehe gerade selber auch im zeitdruck z-type auch ähm genau und ich möchte das pecker so schnell wie möglich verließen und da auch nicht rumwurschteln der bettabau sound den habt ihr jetzt noch gar nicht gehört jetzt weiß ich auch gar nicht ob der für qdo gemacht ist ne mh mh admin break muss ich machen äh genau also das edit er oder soll ich das adden oder ich mach's einfach dann mal rein genau also wenn ihr das video gedownloadet habt dann na also nach dem video wird es einfach verfügbar sein also keine sorge im video sieht man es noch nicht oder hört man es noch nicht ich kann mal eben was einblenden ihr habt es gerade eingeblendet gesehen auf jeden fall ist das übel nice und das war mal was anderes ich meine ich höre ja ich nehme ja eigentlich immer so ich sag mal rap dran als bettabau sound aber das können vielleicht die ein oder anderen von euch noch nicht im gegensatz zu rin zum beispiel mal gucken ob wir die runde jetzt noch holen wäre auf jeden fall schön und schön genau also nochmal ein herzliches danke an rupsen der hat mir schon die äh den prämien plus rang nicht den prämien plus rang angeboten bevor ich überhaupt 5k abos erreicht habe weil ich schon gut gute aufrufzahlen sag ich mal hab und meine community aktiv ist und meine bewerbung auch gut war schuss tschüss Hello ach, das bat ist eh weg so und damit sagen wir das war es mir ohne ich hoffe es hat euch gefeiert wenn ja dann lass nen like da und ich würd sagen wir sehen wir nicht zum haut rein und holt euch auf jeden fall dieses pack bei rp24 oder mediafeier denn das ist ziemlich sick Bis zum nächsten Mal.